Hallo ihr Lieben, könnt ihr mich hören? Hier unten bin ich. Da bin ich, ich komme. Herzlich willkommen meine Freunde zu diesem Video. Es ist ein kleines Infovideo mit ein bisschen Special Effect. Der Greenscreen greift nicht bei meinem T-Shirt. Aber sollte einer von euch irgendwas im Tee haben, viel Spaß mit diesem Video. Was ich euch sagen wollte ist, morgen, also der Donnerstag um 13.30 Uhr geht es los. Wir können wieder zusammenspielen. Community Games, Find the Team of Full AP, Skin Battles, alles findet auf dem TS statt. Also auf dem Teamspeak, denn in den letzten drei Videos erstmal riesengroßes Lob wieder an euch. Mein Skin Battle halt nun gegen Darkstar war das. Dann das Find the Timo und das Full AP kam bei euch wieder richtig klasse an. Ihr habt das wieder super aufgenommen. Und ich habe in den Kommentaren ganz, ganz, ganz oft gelesen, Mike, wie kann ich da mitmachen? Mike, wie kann ich in diesen Games mitspielen? Ich will auch in einem Find the Timo sein und, und, und. Es gab einige, die schon darauf geantwortet haben. Danke auf jeden Fall für die Hilfe. Aber ich kann euch Folgendes sagen, morgen ist es wieder soweit. Ich versuche das öfter anzukündigen, vor allem bei Instagram. Also ich werde jetzt nicht jede Woche auf YouTube ein Video machen, wann es losgeht. Aber auf Instagram werde ich das schon eher machen. Also wer Bock hat, morgen ab 13.30 Uhr geht es los. Wir werden ein Game machen, drei Aufnahmen, vielleicht noch ein Game. Also es wird auf jeden Fall bis 18 Uhr mindestens gehen. Kommt über den Tag vorbei, wenn ihr viele Skins besitzt, wenn ihr Bock habt. Ich hätte, ich weiß nicht, ich hätte Bock auf ein Poolparty-Thema. Mitte Juli würde eigentlich passen. Es gibt, weil es auch neue Poolparty-Skins gibt. Ich versuche immer, die neuen Skins irgendwie mit reinzubringen. Ansonsten schreibt mir super, super gerne, was würdet ihr euch wünschen, was ich aufnehmen kann an diesem Community Day. Vielleicht auch einen ganz speziellen Full-AP-Charakter, einen anderen Fun-Modus, vielleicht eine Analyse. Wo brennt euer Herz? Wo sagt ihr, Mike, ich brauche noch ein nostalgisches Feeling von damals? Vielleicht sagt einer auch Triple Bot, ich weiß es nicht. Aber ihr seid gefragt, wenn ihr auf irgendwas Bock habt, schreibt es einfach, meldet euch, wenn ihr selber mitspielen wollt, morgen um 13 Uhr auf dem Teamspeak. Ich denke, die IP ist unten in der Beschreibung. Ich hoffe es. Falls nicht, dann... Dann muss ich zusehen, dass ich die da einfach reinkopiere. Ich danke euch für die Zeit. Ich danke euch für die herzlichen Worte, auch in den letzten Tagen. Mann, das ist voll abgespaced. Das ist total abgespaced. Das muss ich öfter benutzen. Uh, man schwebt richtig. Boah, durch mein T-Shirt. Das ist echt geil, ey. Das ist echt geil, gefällt mir. I like it. I really, really like it. Das ist wie in einem Film, ne? Hinter mir fehlt nur noch die Schrift und dann wären wir bei Star Wars. Also, ich wollte auch nur ganz kurz sagen, dass ich morgen wieder was aufnehme. Morgen gibt es dann auch wieder freshe Videos. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich wurde auch schon gefragt wegen meinem Geburtstag, weil der in fünf Tagen ist. Das ist der Montag. Ob ich da irgendwie was Spezielles mache. Dadurch, dass das ein Montag ist und die meisten arbeiten müssen, werde ich wahrscheinlich auch nur streamen. Also ganz entspannt. Ja, viel Spaß weiter beim Ranken. Ich würde euch ja auch gerne dieses Video noch auf 10 Minuten strecken. Ich meine, hey. So. Ich meine, man kann ja noch viel mehr machen, ne? Warte mal. Oh, nein. Ein schwarzes Loch. Vorsicht. Okay. Ja, so viel zum Thema. Viel mehr machen. Macht euch heute einen schönen Tag. Ich bin für heute raus. Wir sehen uns morgen in voller Frische wieder. Ich freue mich auch gerne auf dem TeamSpeak. Wie gesagt, sonst abonniert Instagram. Da werde ich den Link auch nochmal reinhauen. Abonniert Instagram. Followt Instagram. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Also, von mir heißt es, ein psychodelisches. Ciao. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder im Gaming-Bereich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Weird. Vielen Dank.